Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Gipskarton und auch Rehgipsplatten auf die Qualitätsstufe Q3 spachteln kann. Wenn du Bock davon hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Wand habe ich in einem extra Video schon mal auf die Qualitätsstufe Q2 gespachtelt. Und um diese jetzt danach zum Beispiel streichen zu können, müssen wir das Ganze auf Q3 noch verarbeiten. Hierfür sollten wir zuerst einmal noch eine Kelle zur Hand nehmen und überstehende Grate auf jeden Fall noch entfernen. Als nächstes benötigen wir eine relativ feine Spachtelmasse. In meinem Fall verwende ich einfach Knauf Uniflod Finish und dann je nach Größe der Fläche eine einfache Klettkelle. Oder wir können aber auch natürlich bei einer größeren Fläche so einen Flächenspachtel verwenden. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir auf jeden Fall noch eine dritte Schicht über unsere Fugen drüber geben und aber auch über unsere Gipskartonplatten einmal das Ganze scharf abziehen. Das hat nämlich den Sinn, dass die Poren dadurch verschlossen werden. Bedeutet meine ganze Fläche wird einfach noch einmal eine bessere Einheit und auch die kleinsten Dellen und Schrammen in unserer Gipskartonplatte werden jetzt noch einmal ausgebessert. Deswegen zuerst einmal etwas Spachtelmasse einfach grob drauf geben. Als nächstes können wir wie gesagt das Ganze auch mit einem Flächenspachtel schon einmal sehr dünn verteilen. Und bei unseren Gipskartonplatten jetzt das Ganze einfach scharf abziehen, dass wirklich nur unsere Poren einmal verschlossen werden. Bei mir sollte es auf jeden Fall passen. Noch als kleiner Tipp, wenn du jetzt Raumhohe Wände hast, was ja normalerweise der Standard ist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du von oben anfängst und nicht langsam nach unten weiter vorarbeitest. Das hat einfach den Sinn, wenn hier oben etwas nach unten tropft, dann ist es nicht so schlimm, da du ja die Fläche hier unten eh noch weiter verarbeiten musst. Und somit haben wir unsere Wand jetzt auch schon auf die Qualitätsstufe Q3 gespachtelt. Wir lassen das Ganze natürlich auch wieder mindestens zwölf Stunden bzw. auch einen Tag trocknen und danach können wir es schleifen bzw. auch weiter verarbeiten. Doch hierfür habe ich auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt eine Klettkelle, einen Flächenspachtel oder natürlich auch Uni-Flot-Finish zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.